Als Filibuster wird im Senat der Vereinigten Staaten die Taktik einer Minderheit bezeichnet, durch Daureden eine Beschlussfassung durch die Mehrheit zu verhindern oder zu verzögern. Dabei wird hinter den Kulissen meist zugleich versucht, Überzeugungsarbeit bei einzelnen Senatoren der Mehrheitsfraktion gegen den Beschluss zu leisten. Der Filibuster ist kein neues Phänomen, sondern geht auf die römische Tradition der Ermüdungsrede zurück. Im deutschen Sprachraum ist der verallgemeinerte Begriff der Filibusterei eingesickert, der jene zermürbende Abstimmungstaktik bezeichnet. Auch im englischen Sprachraum gibt es diese Verallgemeinerung. Nahezu alle demokratischen Systeme kennen geschichtlich eine Form der Filibusterei, auch wenn die Redezeit im Parlament begrenzt ist. Etwa durch Anträge zur Tagesordnung, Anfragen zur Klärung einzelner Punkte und Nutzung von verlängerten Pausen, Wortherkunft. Der Begriff wurde vom spanischen Filibustere übernommen, wobei dieser Begriff vom französischen Filibustier abgeleitet ist. Das sich wiederum aus einer entstellten Aussprache des niederländischen Vributa herleitet, gemeint waren damit ursprünglich die Piraten, die zwischen circa und 1800 die Karibik zwischen Kuba und Nicaragua unsicher machten. In der späteren US-amerikanischen Geschichte bezeichnete man mit dem Begriff Filibuster Privatleute und Söldner. Die militärische Interventionen gegen lateinamerikanische Staaten führten Hintergrund. Zeit ist in Beschlussorganen ein knappes Gut. Durch eine lange Diskussion wird nicht nur das aktuelle Vorhaben blockiert, sondern auch alle nachfolgenden Punkte einer Tagesordnung können nicht mehr zur Abstimmung gebracht werden. Die Filibusterei ist so ein effektives Mittel, mit dem eine bedeutende Minderheit in einem Parlament die Geschicke der Gesetzesfindung insgesamt bestimmen kann. Die möglichen Verzögerungen sind zwar letztlich begrenzt, die Amtszeiten der Beschlussträger jedoch auch. Das Mittel der Filibusterei ist keine Erfindung der USA. Schon im alten Rom gab es Marathonreden, so beschwerte sich Julius Cäsar in seinem Buch De Bello Civilei darüber, dass ein Erzfeind Kato den ganzen Tag im Senat rede. Im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrates hieß die Taktik Obstruktion und wurde Anfang des 20. Jahrhunderts so häufig angewandt, dass letztlich der Ruf des gesamten Parlamentes litt, Filibuster im US-Senat. Möglich wird diese Taktik der Marathonrede durch die im Vergleich zum Repräsentantenhaus sehr freizügige Geschäftsordnung des Senats. Die Senatoren haben das Recht, solange sie wollen zu reden, ohne dass dies mit dem zur Debatte stehenden Thema etwas zu tun haben muss. Eine Ausnahme besteht im Rekonziliationverfahren, das eingeführt wurde, um bei bestimmten Gesetzgebungsverfahren Filibuster zu verhindern. Nachdem es bis 1917 überhaupt keine Regeln gegeben hatte, die die Redezeit der Senatoren beschränkten, kann heutzutage eine Debatte von drei Fünfteln der Senatoren abgebrochen werden. Jedoch muss eine solche Abstimmung über Schluss der Debatte zwei Sitzungstage im Voraus beantragt werden und erlaubt im Erfolgsfall noch weitere 30 Stunden Debatte, so dass sich mit einem Filibuster immer noch viel Zeit gewinnen lässt. Von 1917 bis 1949 galt die Regel, dass die Debatte von zwei Dritteln der abstimmenden Senatoren geschlossen werden kann. Dann wurde sie bis 1959 darauf verschärft, dass nur zwei Drittel aller Senatoren dies beschließen konnten. Anschließend kehrte man zur vorigen Regelung zurück. 1975 wurde dann die heutige Regelung eingeführt. Eine Änderung der Geschäftsordnung des Senats einschließlich der Bestimmung über den Debattenschluss könnte theoretisch durch einfache Mehrheit von 51 Stimmen beschlossen werden. Allerdings würde die Änderung der Geschäftsordnung selbst der unbeschränkten Debatte unterliegen. Und zum Debattenschluss wären in diesem Fall sogar die Stimmen von zwei Dritteln der anwesenden Senatoren erforderlich. Eine derartige Geschäftsordnungsänderung wird derzeit nicht ernsthaft diskutiert. Abgesehen davon, dass beide Parteien zu verschiedenen Zeiten nutzen aus dem Filibuster gezogen haben, wird das ihn ermöglichende unbegrenzte Debattenrecht auch als dem Wesen des Senats gemäß verstanden, der im System der Checks and Bancys eine gegenüber dem Repräsentantenhaus überlegtere und mäßig Ende Kammer sein soll. Es wird daher akzeptiert, dass im Senat langsamer gearbeitet wird. Und die Filibusterei als typische Erscheinung seiner verfassungskonformen Aufgabe gesehen, Der Senat ist ein kontinuierliches Organ. D. H. Er kennt keine Legislaturperioden, an deren Ende er sich auflöst und ein neuer Senat gewählt wird. Stattdessen wird alle zwei Jahre ein Drittel der Senatoren neu gewählt, aber nie der ganze Senat. Da es nie einen neuen Senat gibt, beschließt er die Geschäftsordnung nicht wie im Repräsentantenhaus oder auch im Deutschen Bundestag nach jeder Wahl aufs Neue. Stattdessen bleibt sie dauerhaft in Kraft. Mehrere Mehrheitsführer interpretierten die in der Verfassung enthaltene Ermächtigung des Senats, seine Geschäftsordnung zu regeln, dahingehend, dass es verfassungswidrig sei, zukünftige Senatsgenerationen durch den Zwang zur Zweidrittelmehrheit für eine Geschäftsordnungsänderung zu binden. Daraus ergibt sich die als Nuklearoption bzw. von Anhängern teilweise als Konstitutionaloption bezeichnete Möglichkeit. Ein Geschäftsordnungsantrag kann feststellen, dass der amtierende Senatspräsident trotz der entgegenstehenden Geschäftsordnungsvorschrift von Verfassungswegen verpflichtet sei, der Mehrheit die Möglichkeit zur Abstimmung zu geben, dann könnte ein Filibuster mit einfacher Mehrheit beendet werden. Diese Vorgehensweise wurde erst 2013 ausgeübt. Die Drohung hat bis dahin mehrfach eine politische Rolle gespielt, unter anderem auch 1917 bei der Einführung der Möglichkeit, mit drei Fünftelmehrheit ein Debattenende zu erzwingen. 2005 drohten die Republikaner, einen demokratischen Filibuster gegen die Bestätigung von fünf von Präsident Bush vorgeschlagenen Richtern auf diese Weise zu beenden. Dazu kam es letztendlich nicht, da ein Kompromiss ausgehandelt wurde. Danach stimmten sieben Demokraten bei drei der fünf Richter. Für den Debattenschluss im Gegenzug verpflichteten sich sieben Republikaner. Bei den beiden anderen Richtern gegen eine Beendigung des Filibusters durch diese nukleare Option, also eine Änderung der Geschäftsordnung, zu stimmen, die Republikaner setzten die damit absehbar aussichtslose Debatte bezüglich der beiden anderen Richter nicht mehr auf die Tagesordnung. Am 21. November 2013 schließlich wurde die nukleare Option doch noch ausgeübt. Die republikanische Minderheit im Senat verhinderte durch Filibusterei die Bestätigung der Ernennung von 59 Personen für Posten im Rahmen der Bundesverwaltung sowie von 17 Personen für Richterstellen an Bundesgerichten. Vertreter der Republikaner hatten erklärt, dem amtierenden Präsidenten Obama so wörtlich, jede weitere Ernennung für Berufungsgerichte des Bundes verweigern zu wollen. Daher wurde die Notwendigkeit von 60 Stimmen für die Beendigung der Debatte über die Ernennung von Personen für Stellen in der Bundesverwaltung und an Bundesgerichten mit 52 zu 48 Stimmen abgeschafft. Drei demokratische Senatoren stimmten gegen die Änderung. Ausgenommen sind Ernennungen für den obersten Gerichtshof, für den weiterhin die alten Regelungen gelten. Da der Senat während eines Filibusters effektiv keine anderen Fragen behandeln kann und ein Filibuster beide Parteien ermüdet, werden Fragen, zu denen mindestens 41 Senatoren mit einem Filibuster drohen, in der Praxis meistens gar nicht erst auf die Tagesordnung gesetzt. Derartige sogenannte prozedurale Filibuster gehören zum Alltagsgeschäft, das die Mehrheit den Abbruch einer Filibuster-Dauerrede erzwingt. Ist hingegen sehr selten. Längste Reden Die längste Einzelrede mit einer Gesamtlänge von 24 Stunden und 18 Minuten hielt Senator Strom Thurmond aus South Carolina am 28. und 29. August 1957, um den Civil Rights Act von 1957 zu verhindern, der Afroamerikanern die Wahrnehmung des Wahlrechts erleichtern sollte. Nach Ausführungen zur Sache zitierte er unter anderem die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Die Bill of Rights und die Wahlgesetze sämtlicher Bundesstaaten, auch über Kuchenrezepte seiner Großmutter, referierte er im Rahmen dieser Rede. Thurmond hatte seinen Filibuster angekündigt und vorbereitet. So war er zuvor in einer Sauna gewesen, um während der Rede nicht auf die Toilette zu müssen. Falls dies doch eintreten würde, stand im Nebenraum ein Mitarbeiter mit einem Eimer bereit. So dass der Senator seine Notdurft hätte verrichten können, während er immer noch mit einem Bein im Senat anwesend war. Auch die Senatskollegen hatten sich auf die lange Rede eingestellt und Decken mitgebracht. Am Ende seiner Rede wurde seine Sprache undeutlich und monoton. Die New York Times schrieb darüber, dass die zitierten Gesetzespassagen genauso gut aus dem Telefonbuch hätten sein können. Insgesamt dauerten die Beratungen für das Gesetz 57 Tage, in denen der Senat keine anderen Beschlüsse fassen konnte. Thurmunds Einsatz war letzten Endes vergebens, da schon kurz nach seiner Rede das Gesetz verabschiedet wurde, aber seine Anhänger bejubelten ihn. Thurmund erwarb sich u.a. durch diese Rede, aber auch durch seine enorm lange Senatsmitgliedschaft von fast 50 Jahren, den Ruf einer Legende. Den Rekord vor Thurmund hielt Wayne Morse mit einer über 22-stündigen Rede am 24. und 25. April 1953. Berühmt wurde auch der 15-stündige Filibuster am 12. und 13. Juni 1935 von Huey Pierce-Lon, in dem dieser unter anderem seine Rezepte für gebratene Austern kundgab. Robert Byrd hielt am 9. und 10. Juni 1964 eine 14-stündige Rede gegen das Bürgerrechtsgesetz. Den ersten langen Filibuster seit Einführung der Live-Übertragungen aus dem Senat hielt Alphonse de Amato am 5. Oktober 1992 mit über 15 Stunden Rede und Gesang, um den Wegzug einer Schreibmaschinenfabrik aus seinem Heimatstaat New York zu verhindern. Eine Mehrheit von drei Fünfteln der Senatoren, eine sogenannte Super-Megiority, kann einen Filibuster abbrechen. Eine so deutliche Mehrheit ist in der Praxis selten gegeben und selbst bei einer formalen Mehrheit ist die Fraktionsdisziplin oftmals nicht so stark, dass die erforderliche Stimmenzahl erreicht wird. Eine Ausnahme von der drei Fünftel-Mehrheit wurde im November 2013 eingeführt. Seither kann bei Debatten über Nominierungen des Präsidenten für Bundesbeamte und Richter nicht jedoch bei Nominierungen zum obersten Gerichtshof schon mit der einfachen Mehrheit abgebrochen werden. In allen anderen Bereichen bleibt aber die alte Regel bestehen. Bei der Einführung der Regel im Jahr 1975 gab es eine filibustersichere Mehrheit. Der 94. Kongress, der am 3. Januar 1975 zusammentrat, hatte eine demokratische Mehrheit von 60 Sitzen. Im darauffolgenden 95. Kongress, der von 1977 bis 1979 amtierte, bestand ebenso eine Mehrheit von 61 Sitzen, die sich am 8. November 1978 nach der Wahl von David Durenberger auf 60 Sitze reduzierte. Die Mehrheit ging am 30. Dezember 1978 mit der Ernennung von Thet Cochran verloren. Erst im Jahr 2009 gab es erneut kurzzeitig eine solche Mehrheit, wiederum für die Demokraten. Wobei sie allerdings auch die unabhängigen Senatorin Jo Liebermann und Bernie Sanders umfasste. Vom 7. Juli 2009 bis 25. August 2009 konnte sie erreicht werden, nachdem Al Franken vereidigt worden war. Der die Wahl vom 4. November 2008 mit einem Vorsprung von nur 312 Stimmen gegen seinen Kontrahenten Norm Kohlmann gewonnen hatte. Aber erst nach mehreren Nachzählungen und einem langen Rechtsstreit am 30. Juni 2009 den Sieg durch das oberste Gericht des Bundesstaates Minnesota zugesprochen bekam. Zuvor hatte schon Alan Spector nach 44 Jahren als Republikaner die Partei gewechselt. Verloren ging diese Mehrheit am 25. August 2009 durch den Tod von Ted Kennedy. Vom 24. September 2009 bis 4. Februar 2010 bestand die Mehrheit erneut, nachdem Paul G. Kirk zum Nachfolger von Kennedy ernannt worden war. Jedoch trat er nicht zur Nachwahl an und die demokratische Bewerberin Martha Cookley unterlag ihrem republikanischen Mitbewerber Scott Brown. Mit dessen Vereidigung am 4. Februar 2010 endete diese zweite kurze Periode einer filibuster-sicheren Mehrheit. Der US-Senat ist nicht das einzige Gesetzgebungsorgan in den Vereinigten Staaten, das einen filibuster kennt. Das Repräsentantenhaus kannte dieses Instrument früher auch, schaffte es aber 1842 ab. Durch die höhere Mitgliederzahl wäre die Zulassung des filibuster ein Problem in der Praxis. Auf der Ebene der Bundesstaaten gibt es gelegentlich auch filibuster. Jedoch verbieten 36 der jeweiligen Staatssenate einen filibuster ausdrücklich und während er in 13 Bundesstaaten möglich ist, kommt er nur in Alabama, Nebraska, South Carolina und Texas regelmäßig vor. In letzterem Staat unterliegt er strengen Regeln. Der Redner muss durchgehend zum Thema sprechen und während der ganzen Rede stehen, ohne sich anzulehnen oder abzustützen. Nach drei Verstößen wird der Redebeitrag beendet. Dennoch ist er schon mehrfach gelungen, auf diese Weise Gesetzesvorhaben entscheidend zu verzögern. In dem bestimmte Fristen zum erfolgreichen Zustandekommen eines Gesetzes durch den filibuster überschritten wurden. In die Filmgeschichte eingegangen ist die Marathonrede, die James Tuits als Senator im Spielfilm im R. Smith geht nach Washington von 1939 hält. Andere Staaten In Deutschland ist die Anwendung des filibusters unüblich. Im Deutschen Bundestag ist die Redezeit für einen Abgeordneten üblicherweise auf 15 Minuten beschränkt. Die Fraktionen teilen zudem die Redekontingente nach einem bestimmten Schlüssel auf der sogenannten Berliner Stunde. In der 16. Legislaturperiode wurden in einer durchschnittlichen Debattenstunde der CDU, CSU und der SPD je 19 Minuten, der FDP 8 Minuten und Bündnis 90, die Grünen und der Linken jeweils 7 Minuten Redezeit gegeben. Durch diese Regelungen ist ein Filibuster also nicht möglich. Zur Verzögerung einer Abstimmung gibt es lediglich die Methode, die Beschlussfähigkeit des Bundestages überprüfen zu lassen. Da bei vielen Bundestagssitzungen große Teile der Abgeordneten nicht im Plenarsaal anwesend sind, würde eine solche Überprüfung oft ergeben, dass die Anzahl der Anwesenden nicht ausreicht, um Beschlüsse zu fassen, anstehende Entscheidungen müssten vertagt werden. In so einem Fall müssten dann die Regierungskoalitionen alle Abgeordneten zusammenrufen, um Beschlussfähigkeit zu erreichen und mit der eigenen Mehrheit eine Entscheidung herbeizuführen. Dies wird nur selten angewendet. Im Bundesrat gibt es normalerweise keine Redezeitbeschränkung, aber auch hier ist Filibuster nicht üblich. Historisch kam diese Taktik in Deutschland aber durchaus zur Anwendung. Um 1900 nutzten die Sozialdemokraten im Reichstag das Mittel der Obstruktion, bei dem es sich auch um Filibuster handelte. Der Grund hierfür war vor allem, dass die Sozialdemokraten zwar 27 Prozent der Stimmen erhalten hatten, aber wegen der grob verschiedenen Wahlkreisgrößen nur 14 Prozent der Mandate. Sie wollten daher alle parlamentarischen Mittel nutzen, um schnelle Beschlüsse der konservativen Mehrheit zu verhindern. Die längste Rede hielt dabei der Zigarettenfabrikant und SPD-Abgeordnete Otto Friedrich Antrick, der am 13. Dezember 1902 im Reichstag auf eine achtstündige Redezeit kam. Sein Thema war eigentlich das Zolltarifgesetz, aber im Grunde ging es darum, eine Abstimmung über die Erhöhung der Getreidezölle hinaus zu zögern. Er ging dabei so vor, dass er jeden Artikel einzeln durchging und dann eine halbe Stunde über die Bedeutung des darin Erwähnten für die deutsche Wirtschaft referierte. Er scheiterte damit allerdings. Das Gesetz kam morgens um 5 Uhr zur Abstimmung und seine Partei unterlag. 20 Jahre nach diesem Vorfall wurde mit Ende Dezember 1922 eine Redezeitbeschränkung von einer Stunde eingeführt. In Frankreich wird vornehmlich die Form massiver Geschäftsordnungsanträge gebraucht. Hierbei spekuliert die Opposition darauf, dass der Präsident nach Artikel 49 bis 3 der Verfassung einen Ersatzbeschluss vornimmt. Mit der Begründung mangelnder Beschlussfähigkeit des Parlaments. Allerdings ist diese Aushebelung der parlamentarischen Rechte äußerst unpopulär und wird auch aus dem Regierungslager strikt abgelehnt. Der Präsident würde sich dadurch öffentlich in Misskredit bringen. Bemerkenswerter Rekorde liegen hier mit 13.000 Anträgen bei der UDF zur europäischen Regionalisierungsreform im Februar 2003, kurz danach im Juni 2003 noch übertroffen von 137.537 Anträgen der kommunistischen Fraktion und der Parti-Socialiste zur Fusion von GDF-Suez. Dieser allein übertrifft die Zahl aller normalen Geschäftsordnungspunkte des gesamten Jahres um das Dreifache. In der Schweiz kommen Filibuster im Nationalrat aufgrund beschränkter Redezeiten kaum vor. Ähnliche Konstrukte, wie beispielsweise die Ausschöpfung des Rechts, Fragen zu stellen, mit dem Ziel, eine Abstimmung in die nächste Legislaturperiode zu schieben, kommen indessen vor. Verlängerte Abstimmungsprozesse nennt man gern den langsamen Gang, was sich oft speziell auf Verspätungen bei der Stimmabgabe bezieht. In Japan gibt es davon eine besonders theatralische Variante, bei der die Abgeordneten sich einzeln zum Urnengang aufrufen lassen, um sich dann besonders langsam zu erheben und in demonstrativ kleinen Schritten in Richtung der Wahllurne zu bewegen. Während die Regierungspartei ihre Stimmen binnen 15 Minuten abgegeben hat, braucht die Opposition hierzu fast anderthalb Stunden. Dieses Gebaren hat im japanischen Sprachgebrauch den Namen, den Kuhgang einlegen, bekommen. Um ein neues Geheimdienstgesetz aufzuhalten, das dem südkoreanischen Geheimdienst in IS mehr Befugnisse zur Inlandsspionage zusprechen würde, starteten die Oppositionsabgeordneten im südkoreanischen Parlament am 22. Februar 2016 einen Redemarathon, um eine Abstimmung in dieser Parlamentsperiode aufzuhalten. Der Abgeordnete Jungcheong R.A.I. sprach dabei fast zwölf Stunden, eineinhalb Stunden mehr als sein Kollege I.U.N.S.O.M.I., der drei Tage vorher zehn Stunden und 18 Minuten am Stück geredet hatte, der letzte Filibuster davor fand 1969 statt. Eine besondere Form der Filibusterei wurde im April 1997 von der Sozialdemokratischen Ontario New Democratic Party in der Legislativversammlung von Ontario gebraucht. Diese war gegen ein Gesetz der Regierenden Progressive Conservative Party of Ontario gerichtet, das eine Megacity Toronto schaffen sollte. Die NDP-Fraktion generierte mithilfe eines Computers 11.500 Änderungsvorschläge, in dem zu jeder Straße der neuen Stadt eine öffentliche Anhörung gefordert wurde, bei der die Bürger der jeweiligen Straße beteiligt werden sollten. Die Ontario Liberal Party beteiligte sich an der Filibusterei mit einer etwas kleineren Zahl an Anträgen, bei denen es um den Geschichtsbezug der benannten Straße ging. Der Filibuster begann am 2. April mit dem Abbeywood Trail und beschäftigte das Parlament Tag und Nacht, wobei sich die Mitglieder in Schichten abwechselten. Am 4. April kam durch die Übermüdung der Abgeordneten sogar ein NDP-Antrag unbeabsichtigt durch und die einigen Dutzend Einwohner von Carfonkort im Stadtteil E. Tobikog erhielten das Recht einer öffentlichen Befragung zum Gesetzesvorhaben. Allerdings wurde dies durch einen folgenden Änderungsantrag der Regierung wieder ausgesetzt. Am 6. April, als man in der alphabetischen Liste in den Straßen beginnend mit T. angekommen war, bestimmte der Parlamentspräsident Chris Stockwell, dass die 230 identischen Worte jedes Antrags nicht mehr laut vorgelesen werden sollen, sondern nur noch der Name der Straße genannt werde. Dennoch musste zu jedem Antrag abgestimmt werden und es dauerte bis zum 8. April, um zuletzt die Zorra Street zu erreichen. Anschließend wurden die Anträge der Liberalen einer nach dem anderen abgelehnt, wobei ein ähnlicher, abgekürzter Prozess angewendet wurde. Der Filibuster endete schließlich nach neun Tagen am 11. April. Ähnlich zur Filibusterei in Kanada wurde im September 2015 in Italien die Arbeit des Senats durch automatisch generierte Änderungsanträge blockiert. Der Senator Roberto Calderulli reichte 82 Millionen Änderungsanträge ein, die zuvor mit einem eigens entwickelten Algorithmus erzeugt wurden. Während das Filibustern in den angelsächsischen Parlamenten als legitimes Mittel des Parlamentarismus verstanden wird, gab es solche Fälle der Obstruktion im österreichischen Reichsrat wegen einer unzweckmäßigen Geschäftsordnung. Hier war nicht nur die Redezeit uneingeschränkt, sondern hier wurde nicht von und in alle Sprachen des Reiches übersetzt. So dass auch lange und wichtige Reden unübersetzt blieben, obendrein durften die Parlamentarier nach Belieben lernen, während ein Kollege sprach. So waren die frei gewählten Parlamente unbeweglich und stellten den Parlamentarismus in ein schlechtes Licht. Hitlers Eindrücke von Parlamentsarbeit etwa stammten aus dem Wiener Reichsrat. Über die Zu- und Missstände wurde damals auch in der Weltpresse berichtet. Wenn zum Beispiel der tschechisch-radikale Lisi allein mit Präsidium und Stenografen redete, ab und zu einen Bissen von seinem Wurstbrot nahm und einen Konjak trank. Zuvor wurde bereits der Böhmische Landtag von den deutschen Nationalen durch Obstruktion lahmgelegt, was im Gegenzug zur Behinderung des Reichsrats vor allem durch radikale Tschechen führte. In der jüngeren Geschichte Österreichs neigten hauptsächlich die Grünen zum Filibastern. Am bekanntesten wurde ein am 11. März 1993 begonnener Versuch. Durch Dauerreden zum Thema Jute die Abschaffung der Kennzeichnungspflicht für Tropenholz zu verhindern. Insgesamt dauerte die Sitzung über 38 Stunden. Mit 10 Stunden und 35 Minuten am 11. und 12. März hielt Madeleine Petrovic für 17 Jahre den Rekord für die längste Rede im Nationalrat. Als Nachspiel wurde 1996 dann eine Geschäftsordnung beschlossen, die die Redezeit in Plenarsitzungen auf 20 Minuten beschränkte. Dies hinderte den Abgeordneten Werner Kogler aber nicht daran, bei der Debatte im Budgetausschuss, die dem Beschluss des Budgets 2011 am 16. und 17. Dezember 2010 voranging, diesen durch eine Dauerrede erheblich zu verzögern. Die Rede begann um 13.18 Uhr und dauerte 12 Stunden und 42 Minuten an, bis exakt 2 Uhr nachts, und stellt somit einen neuen Rekord dar. Im Vereinigten Königreich wird ein erfolgreich zerredetes Gesetzesvorhaben als Talked Out bezeichnet. Im britischen Unterhaus darf eine Rede, sofern sie beim Thema bleibt, beliebig in die Details gehen. Der Rekord für eine ununterbrochene Rede liegt mit 6 Stunden bei Henry Braffam, gehalten 1828. John Golding hielt 1983 eine Rede. Einschließlich mehrerer Pausen, von zusammen 11 Stunden zum Thema der Reform der Britisch Telekom. Die längste ununterbrochene Rede im letzten Jahrhundert wurde von Sir Ivan Lorenz gehalten. Der zur Floridierungsverordnung eine Rede von 4 Stunden 32 Minuten hielt. Eine besondere Note dieses Verfahrens wird in einer Rede von Andrudis Moore deutlich, sie dauerte 3 Stunden 17 Minuten. In seiner Rede zur Änderung des Eigentumsschutzes im Kriminalitätsrecht akzeptierte er mehrfach Einsprüche aus dem parlamentarischen Blog, auf die er jeweils sehr genau einging, um dann mit der eigenen Rede fortzufahren. Mit dieser Taktik wird ein eigentlich beschränktes Thema deutlich in die Länge gezogen. In Australien haben sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat umfassende Regelungen zur Redezeit beschlossen, so dass ein Filibuster aktuell nicht möglich ist.